Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zum Fußball-Tipp des Tages. Wenn ich überhaupt nicht weiter weiß, dann helfen mir ja die Würfel weiter. Vom 12.6. Türkei gegen Kroatien. Ja, die Türkei ist bestimmt nicht so schlecht. Ich tippe mal 3 zu 1 für die Türkei gegen Kroatien. Das müssen die Türken schon auf die Reihe kriegen. Polen, Nordirland. Ja, die Polen, die kochen, die lecker essen. Ich würfe trotzdem mal. Die Polen kriegen 4 Tore. Die Iren, 4 zu 6. Polen gegen Nordirland. Und dann auch schon Deutschland gegen Ukraine. Das hatte ich eigentlich mal getippt. Ich tippe mal, wir hauen da Ukraine die Hucke voll. Deutschland Fussballland. 3 zu 0. Sie wissen ja, meine Tipps ändern sich täglich wie das Wetter. Genau wie die Wetter vor Jahr sage. Gestern noch Regen angesagt. Morgen Sonnenschein. Dann Gewitter. Dann wechselnd bewölkt. Die Tipps vom 13.6. Die werde ich später machen. Jetzt vollkommen blind getippt. Ist das nicht fantastisch? Dann wünsche ich Ihnen auch viel Spaß beim Fußball gucken. Jubeln Sie mit. Holen Sie sich Trikots und Fahnen und haste nicht gesehen. Hängen Sie die Fähnchen an die Autos hier. Meine Fahne hängt da oben. Die kann man von mir aus nicht sehen. Da oben mit meiner Deutschlandfahne. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank.